Hallo, schön, dass du hier bist bei diesem Video. In diesem Video sprechen wir über das so wichtige Thema der unterdrückten Gefühle. Und warum ist es so wichtig? Wenn du vielleicht in deinem Alltag Leid spürst, wenn du vielleicht irgendwo viel kämpfst, wenn du Ängste hast, wütend bist oder wenn manche Lebensbereiche einfach nicht so laufen, wie du sie sich wünschst, dann kann es daran drücken, dass wir noch diesen alten emotionalen Ballast aus der Vergangenheit mit uns herschleppen. Und wie es dazu gekommen ist, was wir ganz konkret tun können, wie dieses Thema im Grunde genommen dein komplettes Leben bestimmt, egal ob du glücklich oder es nicht bist, das zeige ich dir in der heutigen Folge. Zwar habe ich vor kurzem eine ganz spannende Studie gelesen, die gezeigt hat bzw. evaluiert hat, dass 95% unseres Leidens, unseres Schmerzes von unterdrückten Gefühlen kommt. Also Gefühle, die wir in der Vergangenheit einfach nicht wirklich gefühlt haben, aufgearbeitet haben, einfach weggedrückt haben. Das kann sein von Scheidungen, die wir, vielleicht von einem Ehepartner, die wir durchlebt haben und nicht wirklich aufgearbeitet haben. Das kann sein von Tod eines geliebten Menschen. Das kann wirklich dramatische Erlebnisse in der Kindheit sein, wie wenn man vergewaltigt wurde oder wenn man anderes Leid in der Kindheit erfahren hat. Das kann von ganz vielen starken emotionalen Feldern aus der Vergangenheit kommen, die jetzt noch maßgeblich dein Leben bestimmen, weil sie zum damaligen Zeitpunkt nicht richtig aufgearbeitet wurden. Und auch beispielsweise, wenn du, und das ist ein sehr häufiges Symptom heute in der Gesellschaft, die Depressionen durch Burnout, Angsterkrankungen, die durch Überlastung entstehen, auch dort ist kein gesunder Umgang mit den eigenen Gefühlen stattgefunden. Und das erzeugt das Leid, das wir heutzutage in unserem Leben fühlen. Sei es mit allen möglichen körperlichen Symptomen, sei es Kopfschmerzen, Magenschmerzen, unsere Unruhe, sei es mit wirklich einer Erdrücktheit, einer Antriebslosigkeit. Nimm die Symptome, die du in deinem Leben betrachtest. Und wenn man diese Studie anschaut und dort sieht, dass 95% von dem, was wir als Leid bezeichnen, genau daher rührt, dann dürfen wir anfangen, dort einen gesunden Umgang damit zu lernen und in unseren Alltag zu bringen. Und manchmal ist es ja so, dass wir beispielsweise in unserer Kindheit, wenn es etwas widerfahren ist, das nicht schön war, und es passiert leider auf dieser Welt, was Kinder halt dann intuitiv machen, die kapseln sich ein. Die wissen nicht, wie sie dort damit umgehen können, wie sie mit diesen starken Gefühlen natürlich, die sie aufarbeiten sollen, und die sie verdrängen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, weil Kinder bzw. auch Jugendliche noch nicht in der Lage sind, dort vollkommen bewusst damit umzugehen. Aber das Gleiche gilt für das Erwachsene-Alte, bzw. in unserer Jugend oder auch jetzt. Was die meisten Menschen dort draußen machen, ist, wenn sie Dinge fühlen, die sie nicht fühlen wollen, sei es eine Traurigkeit, sei es eine Niedergeschlagenheit, sei es eine emotionale Verletzung eines anderen Menschen, und dann, was diese meistens machen, sie drücken es weg. Sie lenken sich ab, verdrängen es, versuchen es nicht anzuschauen, versuchen weiter zu funktionieren im Alltag, versuchen vielleicht nach außen hin die gute Miene zum bösen Spiel zu bewahren und setzen eine Maske auf und versuchen irgendwie weiterhin durchzuhalten. Und ja, das Gefühl kann dann mal mit der Zeit weniger werden, trotzdem ist es noch etwas, was wir mitschleppen. Und wir haben hier alle in unserer Gesellschaft, wir haben hier alle so einen großen Sack mit emotionalem Ballast in uns. Und jedes Mal, wenn wir nicht gesund mit unseren Gefühlen umgehen, jedes Mal, wenn wir die Dinge verdrängen, wenn wir die Erlebnisse oder die Erfahrungen nicht anschauen wollen, die wir im Leben machen, dann kommt so ein kleiner Stein dazu in diesem Ballast. Und dann sieht man die Menschen, die durch den Alltag laufen, die keine Energie mehr haben, die keine Freude mehr im Leben haben, wo das Leben wirklich Leid bedeutet, die vielleicht auch schon, und das ist dann das Nächste, was kommt, und das konnte die Medizin zeigen. Wenn wir nicht natürlich damit umgehen, oder gesund damit umgehen, dann kommt aus diesen Gefühlen heraus, entstehen automatisch mit der Zeit körperliche Beschwerden. Das können Somatisierungen sein, wie diese gängigen Kopfschmerzen, Magenschmerzen, vielleicht auch diese Unruhe. Und aus diesen Somatisierungen heraus, aus diesen emotionalen Ballast heraus, entstehen dann schlussendlich Krankheiten. Und das ist das, was wir dann in den Krankenhäusern sehen. Und das ist das, was sich die westliche Medizin auch mittlerweile eingestehen muss, und die Studienlage eindeutig ist. Und zwar von Studie zu Studie weicht es ab. Manche Studien sprechen schon von 35 Prozent unserer Krankheiten, die wirklich diese Krankheiten, die beim Arzt, die im Krankenhaus, die überall in unserem medizinischen Schulsystem behandelt werden, aus emotionalen Verletzungen kommen. Manche gehen dort noch viel, viel, viel weiter mit der Zahl. Also, was ich dir damit sagen möchte, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, ist, wie können wir ganz gesund, ganz natürlich mit unseren Gefühlen umgehen? Und wenn du dich vielleicht fragst, hey, bei mir ist es eigentlich nicht so, mir geht es eigentlich ganz gut, dann möchte ich dir noch eine kurze Frage stellen. Und zwar, wo kämpfst du vielleicht noch in deinem Leben? Gibt es einen Bereich, wo du noch struggelst, wo du noch Schwierigkeiten hast? Es muss nicht unbedingt gleich eine Krankheit sein, es muss nicht unbedingt gleich körperliche Beschwerden sein, es muss nicht unbedingt gleich Leid sein, aber wo kämpfst du noch in deinem Leben? Und so oft ist es, dass wir einfach gegen unsere Gefühle kämpfen oder gegen andere Dinge. Und was dort dahinter steckt, sind diese emotionalen Muster. Und jetzt ist natürlich die Frage, zum einen, wie arbeite ich diesen alten Ballast auf? Und zum anderen, wie kann ich in der Zukunft gesund damit umgehen? Und im Grunde genommen ist beides das Gleiche. Und ich weiß, viele betreiben dieses Graben in der Vergangenheit, diese Psychoanalyse, wie es Freud so schön gelehrt hat, dass wir in die Vergangenheit zurückgehen und alles nochmal genauer anschauen. Wobei Freud es nur analytisch gemacht hat, nicht emotional. Und die versuchen dann quasi alles aus der Vergangenheit abzuarbeiten. Was ich sage, das müssen wir gar nicht tun, sondern das, was sich gerade in deinem Leben zeigt, an Schmerz, an Gefühlen, an Belastungen, an vielleicht Krankheiten, an anderen Dingen, das ist gerade für dich da. So, diese alten Dinge zeigen sich quasi jetzt in deinem Leben. Und darum stehen sie jetzt für dich an. Das heißt, wir müssen nicht in der Vergangenheit graben. Wir müssen nicht irgendwelche alten Dinge aufarbeiten, die vielleicht sich gar nicht zeigen im Moment. Sondern wenn sie sich zeigen, dann arbeiten wir damit. Und das bedeutet im ersten Schritt sich Zeit nehmen dafür. Zeit nehmen für unsere Gefühle. Und ich weiß, wir nehmen uns nicht mehr so viel Zeit dafür. Wir sind so beschäftigt. Von morgens vom Aufwachen bis abends ins Bett gehen, sind wir 24 Stunden am Stück schon fast ständig auf Hochtouren. Ständig sind wir beschäftigt. Und wenn wir dann mal Pausen haben, dann sind wir an unserem Smartphone. Dann sind wir an unserem Computer. Dann sind wir vor dem Fernsehen. Und unser ganzer Tag ist gefüllt mit Inhalt, mit Input. Aber wir nehmen uns nicht Zeit für uns. Und die wichtige Sache ist beim gesunden Umgang mit Gefühlen, wir dürfen uns dafür Zeit nehmen. Und zwar diese zu fühlen. Und das ist manchmal das Befreiendste, was es gibt. Auch wenn es irgendwie unangenehm ist. Weil ich weiß. Und Gefühle, vor allem unangenehme Gefühle, werden in dem Teil des Hirns repräsentiert, das auch für den Schmerz verantwortlich ist. Das heißt, physischer Schmerz, wie wenn dich jemand schneidet, oder emotionaler Schmerz, ist gleichbedeutend für unser Gehirn. Und natürlich möchte unser Gehirn diesen Schmerz nicht. Die Kunst besteht dabei, sich damit friedvoll auseinanderzusetzen. Zu sagen, was gerade da ist, nehme ich friedvoll an. Das, was da ist, nehme ich friedvoll an. Wenn gerade Kopfschmerzen da sind, dann nehme ich dich friedvoll an. Wenn gerade andere körperliche Symptome da sind, dann nehme ich dich friedvoll an. Und wenn Gefühle auftauchen, dann lasse ich die fließen, anstatt sie wegzudrücken. Und fließen lassen ist einfach nur, sie zu akzeptieren. Zu sagen, okay, Gefühle, ihr seid da, ihr dürft da sein. Und das ist schon der gesunde Umgang. Aber die meisten Menschen versuchen, diese Gefühle ja nicht zu spüren und lenken sich ab. Die einzige Aufgabe, und das ist eigentlich im Grunde genommen schon dieser erleuchtete Geist, wie es so schön heißt, einfach mit all dem, was sich zeigt in deinem Leben, im Frieden zu sein. Und ich weiß, es ist jetzt leichter gesagt als getan, weil wir sind dann irgendwie wieder in der Situation, in der Arbeit, wo es gerade überhaupt nicht passt, oder mit Menschen unterwegs, wo wir es eigentlich gerade nicht fühlen wollen, aber dann sind die Gefühle trotzdem da. Und dann dort sich zu sagen, okay, ich entscheide mich hier für Frieden und zu einem Frieden mit meinen Gefühlen. Und das Spannende ist, was dann passieren kann, ist, wenn wir manchmal durch den Schmerz gehen, durch die Angst gehen, durch die Trauer gehen, durch diese Gefühle gehen, oder auch körperliche Symptome hindurch gehen, dann entfaltet sich manchmal dahinter eine Vitalität an wundervollen Gefühlen. Auf einmal haben wir wieder mehr Energie, weil die Sache ist nämlich die, den Ballast, den wir mitschleppen, an Gefühlen, an Emotionen, das ist anstrengend. Warum haben kleine Kinder noch so viel Energie, wo sie von morgens bis abends spielen können, ohne kaum was zu essen? Und warum schleppen wir uns als Erwachsene von irgendwie am Morgen, wo wir kaum was im Bett kommen, bis abends, wo wir toten, wo wir umfallen, durch den Tag? Der Unterschied ist einfach der, wir schleppen so viel mit uns herum. Es ist nicht nur der Alltag, selbst dem wir da meistens die Schuld geben, sondern es ist, weil wir so viel mitschleppen. Und wenn wir dort diesen friedvollen Weg mit unseren Gefühlen finden, und zu sagen, hey, die sind da und das ist okay, und das ist nicht immer schön, ich weiß, das ist absolut nicht immer schön. Aber dadurch kommen wir an unsere Vitalität wieder ran, dadurch kommen wir an unsere Energie wieder ran. Und dort auch meine Einladung an dich, je nachdem, wie stark du schon in diesem Kampf steckst, gibt es entweder natürlich Hilfe von professioneller Seite oder natürlich, was ich auch immer ganz gerne mag, Hilfe zur Selbsthilfe, dass du wieder in deine eigene Kraft durch dich kommst. Und dort natürlich immer auch die Einladung in die Achtsamkeitsakademie. Das ist eine Schule, die ich damals gegründet habe, eine Akademie, wo ich genau diesen Inhalt, diesen achtsamen, bewussten Weg den Menschen zeige, wo eine große Community, eine große Gemeinschaft dahinter steckt, die sich auf diesem Weg, auf diesem Prozess gegenseitig unterstützt. Denn das passiert nicht von heute auf morgen, und das passiert Stück für Stück, Moment für Moment, Tag für Tag. Und alles, was kommt in deinem Leben, alles, als kleines Geschenk betrachten. Und ich weiß es nur zu gut, manche Geschenke wollen wir nicht haben, manche Geschenke wollen wir nicht fühlen. Und gerade diese sind für dich da. Das soll ein kleiner Mutmacher sein, zu sagen, Hey, vielleicht hat das, was in deinem Leben passiert, etwas mit dir zu tun. Und vielleicht möchte das, was gerade da ist, angesehen werden, dir etwas sagen, oder dich im Leben weiterbringen. Und wenn wir diese Haltung gegenüber den Gefühlen verändern, anstatt die Gefühle als Feind zu sehen, als etwas zu sehen, das wir nicht haben wollen, sondern zu sehen, okay, hey, es ist für mich da, wenn ich das annehme, wenn ich da mit gesund umgehe, wenn ich dort tiefer hineinblicke, beispielsweise in der Meditation, wenn ich das wirklich da sein lasse, dann entpuppt sich das, was ich am Anfang als vermeintlicher Feind, oder als das, was ich nicht haben will, als Geschenk. Und das können wir nur entdecken, wenn wir es auspacken. Ansonsten packen wir das Geschenk weit in unseren emotionalen Sack und schleppen es mit uns umher, obwohl dort etwas drinnen stecken würde für uns. Und meine Einladung an dich ist diese, das ist wirklich eine Haltung, eine Haltung gegenüber dem Leben. Sehe ich das Leben als das, was mir passiert, oder sehe ich das Leben als das, was für mich da ist? Und manchmal, ja, haben wir das Gefühl, das passiert mir, das Leben. Und es ist halt nicht so, wie unser Geist sich das ausmult und wir das uns vorstellen. Aber wenn wir diese Vorstellung, wie das Leben sein sollte, die einmal fallen lassen und anfangen, das Leben so zu berühren und so wahrzunehmen, wie es sich zeigt, dann schenken wir uns selbst die Möglichkeit für diese Transformation und diesen Frieden. Und genau dazu lade ich dich von Herzen ein. Ich freue mich super, wenn ich dich auch auf diesem Weg begleiten darf, sei es in der Akademie, sei es hier auf diesem Kanal. Ich freue mich unglaublich, wenn du dieses Inhalt, die mit deinen Liebsten, deinen Freunden, mit der Welt teilst, weil das steht bei mir auch hinter der Akademie, das steht hinter meiner Mission hier, dieses Wissen an die Welt zu bringen und diese Erfahrungen in die Welt zu bringen, dass wir alle wieder ein Stück natürlicher, ein Stück gesünder mit uns selbst umgehen, um wieder in diese Freude zu kommen, um die Menschen um uns zu inspirieren und das alles ein bisschen freudvoller zu machen. So sehe ich meine Aufgabe und wenn du mich mit einem Teilen des Videos oder mit einem tollen Kommentar oder einer tollen Bewertung hier unterstützt, freut es mich. In diesem Sinne freue ich mich auf dich. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, viele tolle Gefühle und auch viele wertvolle Gefühle, mit denen wir umgehen können. Und wir beide sehen uns. Bis bald. Dein Peter B.